Liebe Freunde, ich begrüße Sie im Namen des Anime-In-Kultur-Vereins. Heute, seit 2016, feiern wir unseren 29. Veranstaltung. Zu unserer heutigen Veranstaltung kommt etwas Neues, was wir weiter zur Tradition machen wollen. Anstatt Musik, die viele andere Vereine zu ihren literarischen Abenden hinzufügen, haben wir uns auf eine kleine Vernissage entschieden. Heute stellt ihre Arbeit Natalia Lukanski vor. Geboren wurde sie in St. Petersburg, damals Leningrad, 1982 Diplom für künstlerische Raumgestaltung, dann später Diplom für Textilmaierei und Studium im St. Petersburger Regeninstitut der Bildnerischen Künste mit dem Diplom für Kunstwissenschaft. Danach arbeitete sie als künstlerische Designerin und Designerin für Textilien. 1995 unterrichtete sie Kunst für Kinder in Tel Aviv und arbeitete als Designerin von Kleidung im israelischen Opernhaus in Tel Aviv. Im Jahr 2008 heiratete sie und reiste mit ihrem Mann nach Österreich. Sie lebt und arbeitet in Baden. Heute stellt sie uns ihre Katzen vor, die sie als Fantasien nach berühmten Maler gemalt hatte. Da ist Picasso, da ist, wer ist das? Natalie, wer ist das? Das ist Kiesland-Longen. Das ist Unterklasse und das ist Amal Pizzi. Da ist es Kiesland-Longen. Da ist es Kiesland-Longen. Da ist die erste Nachbarn-Longen. Das ist eine große Geschichte. Die zweite Nachbarn-Longen. Auf dem Schenland-Longen. Da ist der erste Nachbarn-Longen. Da ist der erste Nachbarn-Longen. Der permettre auf einmal auf dem Aufmerkontrollen, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.